Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge WBi 2.0 Ihr fragt was hier von der Story offen ist Ich muss euch was sagen und zwar Vorsicht hier Habe ich das Spiel durchgespielt hier mit den EP Woops Das Problem ist, ich habe dabei nicht aufgenommen Wie habe ich das Aufnahm Programm Profil ausgewählt Es hat irgendwie nichts aufgenommen als er nur ein schwarzer Bildschirm Und ich habe dann eine zweite Spiel durchgespielt und Ich hoffe jetzt verzeiht mir das, es war extrem langweilig Ja, ich vergege irgendwie so 22 Minuten und Verzeihte ich mir einfach Dafür gehen wir jetzt weiter zum Aufragsverteilungszentrum Mal gucken was uns hier so erwartet Blue Screen Format C' Matrix Eine Piste Hallo Nils Ähm Startmenu Console Plus Follow the White Rabbit Neu Punkt Dock Neu Punkt Dock Test Cop Ähm Test Cop Test Cop Test Cop Triple Pew 2 Final Pew Aufzug Defect Das war klar Mein Gold Under 17 Love Miraculous Miraculous I am Gold Eier Shock Reption Arises Okay Und schaach Und dann komme ich wieder hoch. Ja. Sehr gut. Kiste. Ohne am Ende. Hm. Ops. Irgendwie gar wenig FPS. Schnell ändern. Mäh. Entzielt er. Oh. Richtig FPS. Oh. Sein Spinnensinn schlägt an. Hier runter. Ist immer sehr dunkel gemacht hier. Das ist dunkel. Licht Bugs. Wartungsleiter. Ist das hier die Mensa? Wartungsleiter. Simanser. Okay. Wartungsleiter. Wartungsleiter. Wo war da? Kommt. Upsa. Wartungsleiter. Kurz halt weg. Wartungsleiter. Wartungsleiter. Oh. Das geht dann. Sehr gut. Oh. Wartungsleiter. 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 die neid die neid die neid kaffeeforschung professor wii als wunderalde idee datensicherheit Schwerkraftumkehrung. Ach, nein. Ich walge die Schwerkraft. Viel Spaß. Hallo. Zoomen sie. Eure Untersuchung. Clemret Tag 74. Häufelnd anzumüffeln. Comical El Polo Diablo. Clemret El Polo Diablo. Was steht rum? Leicht ihr Pflanzen. Clemret Sie schweigen. Okay. Die Gästforschung kommt direkt. Lama. Letzte der Zweiflung eines Steins. Ja, genau. Ist klar. Ah, okay. Ah, Lüffung, Schacht, Rennungskräfte, Vorsicht, Stufe. Ist dabei der Launch. Noch klar hier drin. Ich weiß nicht was. Ah, ne Kiste. Emerald. 24 Stück. Nice. Weitere Büros oder Räume und Geimezimmer und Privatklo. Um. Puts. Dann war man hin. Puppe Kürbis. Puppe Kürbis jubelt, dass du es bis hierhin geschafft hast. Ich bin hier wohl richtig. Sehr gut. Räume und Neidplatz hier das Becken. Querfeld einrouter zu dem privaten WC von Mr. Boss. WC ist Mitarbeiter Lounge. Was ist hier? Dach dran. Das war ruhig nicht. Ein entspannter Mitarbeiter ist ein guter Mitarbeiter. Sei entspannt, verdammt nochmal. Aber zackig. Sehr runterfallen hier. Zwei, wir haben Glück am Anfang. Blau. Rot. Hm, hat das nie einen Sinn hier? Blau. Ein naheluftige Aufenthaltsunterkunft. Was nicht? Traktor? Äh, nicht Traktor. Äh, wie sieht man das noch? Äh. Keine Ahnung. Drückplatte. Genau. Boot. Das ist jetzt Icon. Einsinn. Eine Karte. Rotorien. Groß und gesächerte Rätselgang zum Korridor vor dem Boss. Nimm ich, wo Bartschlitte steht. In den, äh, drei Räumen Rot-Blau und Grün, okay, befinden sich Drittplatten, betegelt die jeweils richtige Platze, um in den nächsten Raum zu kommen, in den Runden symbolisch. Mit Keytriss Steine versteckt, da wo hier die Platze steht. intrützt sein und sieben. Unteren drei Reihen müssen begelecht werden. Kleineser am Rand... ...weil an Motion down ist der drei Räumen ¡ein der drei R iTunes mit den richtigen Stein und ihremeau. Die mit specifics Drittlatt, viel Glück ist das Green Shot, oder? ok der dritte ist irgendwie noch nie gespielt ich weiß nicht ob es irgendwie korrekt ist ich hab immer den roten ich hab immer den roten ich hab es geschafft ich hab ja nie richtig gespielt, ich weiß nicht ob es funktioniert, aber ok hier müssen die Umwandbein reingelescht werden ok, wo kann man rand, ok ok, würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge als euch das Video gefallen hat, dann lasst eine lustige Bewertung oder was haben wir nie vergessen und tschüss